Die Demokratische Partei von Lee Jae-myung und ihre Partner sind die großen Gewinner der Parlamentswahl in Südkorea. Das Oppositionsbündnis erzielt 175 Sitze im Parlament, das insgesamt 300 Sitze umfasst. Damit verfehlen sie allerdings eine sogenannte Supermehrheit von mindestens 200 der 300 Parlamentssitze. Diese hätte zum Sturz des Präsidenten Yoon Suk-yeol führen können, denn er ist politischer Gegner der Wahlsieger. Die Parlamentswahl galt als Kampfabstimmung zwischen dem konservativen Präsidenten Yoon und seinem Rivalen Lee. Außenpolitisch steht Yoon für einen harten Kurs gegenüber Nordkorea, die Annäherung an die ehemalige Kolonialmacht Japan und gute Beziehungen zu den USA. Sein Konkurrent Lee steht dagegen für einen moderateren Kurs gegenüber Pyongyang und China. Vielen Dank.